Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, heute ist ein wilder, wilder Tag, ein guter, alter, wilder Tag. Das ist ein Teil von Oktagon 60. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Team Edis gegen Team Mert. Wir als Streamer haben jeweils ein Team bekommen. In meinem Team ist Edis und Alexis Abla. Bei Mert im Team ist Daniel Slump, Abo Goku, natürlich Mert, guter, alter Opa. Für die, die Oktagon noch nicht kennen, ich sage euch nur kurz und knapp, das, was UFC international ist, langsam, 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 Step by Step, Oktagon wird noch größer, wartet ab. Dementsprechend ist heute in Oberhausen die Veranstaltung. Wir sind auch Teil davon, wir fahren gleich hin. Ich ziehe mich erstmal an, weil, Bruder, mit diesem alten Busfahrerkörper wird das heute nichts. Sag euch, so wie es ist, valla. Alte Busfahrerkörper, ich schwöre, einmal Ticketkontrolle. Aber ich ehrlich, das sind wilde Kämpfe, kann sein. Ich gehe einfach mitten in den Ring. Bruder, da ist auch noch, der Fettsack. Was warst du? 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 Komm, Lalla, komm. Aber der Ring hält nur. Bilde, Kampf. Das war Rinko! Ja, oh! Hadi Laura, ablacum. Hadi, Abla, Bruder, schubert ihn einfach. Gibst du linke, rechte, Alte Bahnhof Boxerei. Aha. Jawohl, Laura, hadi! Oh, okay. Beachtet nicht dieses Gerüst. Aha, hat die Laura. Hat die Ablacum. Aha, das tut weh. Das hat ich gut angefangen. Jawohl, wild! Ich hätte keinen Bock jetzt gegen diese Ringe drückt zu werden. Ich sage euch ehrlich. 29, 28 für die Winner, bei Split-Decision, Laura Kirtzl. Jawohl, was geht's los, he? Gut, alte Laura, ablacum. Ha! Versager! Ja! Ah, home sweet home, ja. Alter Octagon. Wild, wild. Die Jungs, warte, bis sie schon mal haben. Oder noch ob ich hier alles auseinander. Weil wir sind knackt und wir looten. Wir looten alles, was wir haben. Es wird gelootet. Boah, Daniel, jetzt noch isch Schwein auf Kamera. Geil. Was sagst du? Oder was? Ja, was soll das sein, aber? Das schmeckt gut. Wir beide gegen mich jetzt. Wir beide gegen mich. Komm jetzt an! Komm jetzt an! Komm da rein, lan! Komm da rein, lan! Ey, kennen wir unseren Bruder? Hey, warum beleidige mich eigentlich die ganze Zeit? Wie ich beleidige dich? Stream hier vor Ort. Einfach mobbing, Maruk. Bruder, du stehst einen Meter vor mir, aber begrüßt mich. Wie geht das? Warte mal, was soll das heißen, Alter? Ja, guck mal, guck mal, wie ihr direkt nur dieses Schweinefleisch anguckt. Bruder, Korean, wie Barbecue. Junge, was passiert? Wala, die haben neu gemacht. Ich zeig dir. Das wird ein Wilderkampf. Max, A, bitte gegen den Afghanen. Ja! Nur, wie die sich angucken. Bruder, die werden sich auch pressen jetzt. Ja, ja, ja. Würdest du reichen? Aha, aha, aha. Ja, 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 ja. Ey, dürft ihr dieses Geringdrücken nicht kleinreden, ne? Da geht maximal den Kopf weg. Oh, Molin. Ja. Hey, komm, komm. In die Humpen. Steig. Ja, mit seinem Arm. Bricht seinen Arm. Oder einer ist zu sehr auf Gas hier gerade. Oder weil ich will feiern. Bricht seinen Arm. Er soll seinen Arm abreißen, Alter. Was? Er soll ihn abreißen. Oh mein Gott. Boah, böse. Oh, Molin. Ja. Ja, 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 ja. Also so landen. Ja, ja, ja. Hab die noch... Halte. Hört ihr das jetzt? Einmal so angehübelt werden, langs. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm, komm. Es steht knowledge. Es war knowledge. Und, und. Und hier. Hier. Hallo. Bertagon. Ich lebe nicht auf, aber. Als ich gesagt habe, wir sind 25 Leute, was hast du gesagt? Also was zählt du noch an? Einerhalb Leute. Warum eineinhalb? Du hast fünf gesagt. Das ist einer zu viel, Maus. Einerhalb war das. Fünf habe ich wen anders gemeint. Wen hast du gemeint? Zeig mir einen, der wie fünf aussieht. Ja, mach, ich zeig dir. So ein Penner, ne? Heute noch jung, morgen schon alt. Schon jetzt hat jeder fünfte Rentner zu wenig zum Leben. Und es werden noch viel mehr. Findest du nicht, er sieht aus wie Vollgeist-Figur? Er sagt, er sieht aus wie Vollgeist-Charakter, Wander. Seid mal ehrlich, aber Abo ist doch auch dick. Aber Abo ist doch auch dick. Aber bei ihm sieht es nicht so aus. Warum? Ich bin so, ohne kann es so. Bruder, das ist aib, ja. Das ist aib, scheiß doch. Nein. Er übertreibt, Bruder, hör nicht. Warum? Du hast mich Vollgeist genannt. Warum soll er übertreiben? Ja, valla, ist doch. Was denn? Ich will nicht, 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 ich will nicht. Das ist der letzte Kampf. Normali gegen Buchinger. Ist das Final? Ja, das Final. Das ist der letzte Kampf. Was sagst du? Normali. Safe, safe. Das ist ein Gegner. Jetzt kommt der Gegner. Ich fricke diese Säule, ja. Ich fricke diese Säule, kackt so rein. Sehr schön, sehr schön. Stark, stark, stark. Sehr schön. Oh, sehr gut. Auf geht's. Arte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, 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 oh. Oh, oh. Bruder, was passiert hier, ja? Weiter so. Wir haben beide Bock. Wir haben beide Bock. Aha. Oh. Oh. Er sagt sogar, komm. Er sagt sogar, komm. Normali, 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 Normali. Groß. Bruder, du noch. Oh. Warte. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 10 Minuten und 10 Sekunden in der sehr ersten Runde bei TKO, Longali Eskies. Freunde, damit war es das mit dem Oktagon-Event. Sehr geiles Event. Respekt dafür. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da und checkt das hier ab. Das hier wird Maximum. In Frankfurt, ausverkauftes Stadion, das wird ein geiles Event. Und egal, was an diesem Tag sein sollte, selbst wenn dein Vater Geburtstag hat, du kommst dahin. Und wenn du nicht dahin kommst, ist bald dein Gesicht hier und mein Gesicht und dann kämpfen wir. Hast du mich verstanden? Ciao. Heute noch jung, morgen schon alt. Fündest du nicht, er sieht aus wie Vollgeist? Fündest du nicht, er sieht aus wie Vollgeist? Untertitelung des ZDF, 2020